Das Gute daran oder auch der Performance-Vorteil einmal, wir haben nicht direkt die Thermik hier am Lader, wie man es hier sehen kann. Hinten hier, da haben wir OPF und oben das Cut-Element. Und hier haben wir halt schön Laderabgang, hast du schon mal auf jeden Fall weniger Hitze direkt an der Laderturbine. Du bist viel effizienter und hilft uns natürlich auch, Abgasthermik-mäßig Hitze abzuführen plus ein Performance-Vorteil. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir einen Audi RS3, 2,5 Liter TFSI Motor, Dazza Motor, identisch mit dem Motor aus unserem KTM Rennwagen. Hier in der Serie 400 PS, 480 Nm, bekommt bei uns eine Stage 2, heißt Softwareleistungssteigerung oder Anpassung und eine Friedrich Motorsport Downpipe mit 200 Zellen Cut. Wir nehmen für euch mit, Diagnose, Eingangsfahrt, Eingangsmessung und Prüfstand wie immer, unser Standard. Macht auch echt einen, ich sage ja öfters gerne schlanken Fuß, aber das Ding sieht echt schick aus, in diesem Grau. Ich weiß nicht, du kennst dich da besser aus. Wie nennt Audi das? Ist ja schon öfters da gewesen, dass wir Autos in dem, mein bester Kumpel hat auch einen RS6 in der Farbe. Ganz nice. Grau, steingrau, mattgrau. Also ich nenne das immer Mäuschen-Grau. Ach ja. Na dann komm Mäuschen. So, wir laufen, egal. Lass uns, wir reden gleich drüber. Wir reden gleich drüber. Aber eine GoPro rauchen wir auch neu. Können unsere Abonnenten ja ruhig wissen, weil wir eine GoPro verloren haben beim letzten Rennen. Genau. Die ersten drei Runden hat sie super gehalten. Auf der Nordschleife. Auf der Nordschleife, gar kein Problem. Ja. Und dann habe ich die umgesteckt und dann hat sie nicht mehr gehalten. Sie ist weg. Oh, die Autobahn ist aber heute ein Traum, ne? So, vom Wetter, so Sport. Früher Morgen. Dynamic. So, wir müssen jetzt beschleunigen. 10,7. Auch wenn in den ersten 100 Metern die Brücke noch war, aber das ging jetzt leider nicht anders. Was auch nicht ein Riesendrama sein wird. Hier war vorher, da haben wir gestern ausgebaut. Es ist eine Leistungssteigerung eingebaut von einem großen VW-Tuner mit einer Box. Kunde war auch soweit zufrieden, aber er sagte halt, du, ich würde halt gerne einen Downpipe und sowas haben und dann kommst du natürlich mit einem Zusatzsteigergerät nicht so wirklich weit. Steht auch überall drauf der Name von dem großen VW-Tuner, ne? Ist das so eine Edition von der Firma? Ich glaube, du kannst einfach so ein Paket kaufen, was dann auch unter anderem war. Ja, weil auf dem Spiegel steht das. Aber sonst ist nichts gemacht. Also es ist da nichts verändert worden, oder? Optisch. Auf dem Spiegel steht das. Hinten, glaube ich, steht... Genau, vorne. Auch? Vor dem Grill. Ich glaube, der Kunde hat das Auto mit der Leistungssteigerung bei Audi gekauft. Direkt. Direkt, direkt. So, ja. Diagnosefahrt haben wir gemacht. Mansur wird den jetzt direkt für Eingangsmessung mitnehmen auf den Prüfstand. Dann wird es ein bisschen dauern. Wir haben das Auto die ganze Woche und wir haben das jetzt ein bisschen zwischengeschoben, dass der Mansur, so wie Zeit ist, immer die Downpipe umbauen kann, weil wir halt relativ viel, zum Gott sei Dank, was zu tun haben noch. Und das ist so ein bisschen der Lückenfüller komplett die Woche. Kann ruhig sein, das kann gut sein, dass wir erst in drei Tagen oder so das Endergebnis machen hier oder die Abstimmung wieder machen. Auf jeden Fall Eingangsmessung auf dem Prüfstand jetzt gleich noch und dann ist der Safe, dass jederzeit der Mann so immer, wie gesagt, da rangehen kann. Gut, dann ist die Tage, wa? Geвол 401 Jason Hilfruher. So, f aun wie brown ist, denn da auch wieder bei der Abente максимum, die es schon in Af signed. Dunen, die du da selbst sagt, So, ja. So, wie gesagt, du denn da? Was ist das? So, ja. Aber da an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben nicht direkt die Thermik hier am Lader, wie man es hier sehen kann. Hinten hier, da haben wir OPF und oben das Cut-Element. Direkt am Turbo-Flanche das Cut-Element. Hier die OPFs. Und hier haben wir halt schön Laderabgang. Und dann gehen wir zweiflutig auf die Sportcuts von HLS, wie schon gesagt. Und dadurch hast du schon mal auf jeden Fall weniger Hitze direkt an der Laderturbine. Du bist viel effizienter und hilft uns natürlich auch, Abgasthermik-mäßig Hitze abzuführen plus ein Performance-Vorteil. Ja, der Mansur wird weitermachen. Mansur ist aber gerade auf dem LKW-Prüfstand und misst einen LKW. Wir müssen hier immer so ein bisschen hin und her springen, wenn wir solche Tage haben wie heute. Aber ich denke, dass wir morgen so weit sein werden, dass wir Hardware-mäßig wieder alles zusammen haben. Wir mussten die Karnewelle ausbauen und dann werden wir bei Zeiten sofort auf den Prüfstand gehen und die Abstimmung machen. Also nochmal, dass ihr es gesehen habt. Okay, in diesem Sinne, Mansur wird weitermachen. Okay, in diesem Sinne, Mansur wird weitermachen. Okay, in diesem Sinne, Mansur wird weitermachen. So, Eingangsleistung 396,3 PS und 508 Newtonmeter. Passt perfekt. Mit unserer Leistungssteigerung Stage 2 inklusive der Downpipe von Friedrich Motorsport haben wir 680 Newtonmeter, das heißt einfach mal eben 170 Newtonmeter mehr und 486,6 PS. Wir geben, glaube ich, 500 sogar an. Ich habe nur vom Lok her, das ist jetzt, wir haben vier, fünf Versionen gefahren auch. Wir sind vom Ladedruck her genau da, wo wir hinwollen. Wir fahren 1,7 Bar. Ich weiß nicht, ob der Kunde vielleicht super nur getankt hat. Ich habe da jetzt nicht nachgefragt. Vom Zündwinkel her fahren wir auch 15 Grad bei knapp vor Begrenzer. Da ging er eigentlich, 16,5 Grad sind wir schon öfters gefahren, 17 Grad sogar auch, aber wir kommen da nicht hin, ohne dass er dann zurücknimmt. Das wäre für mich die Erklärung. Das Problem ist jetzt, ich habe ihn nicht gefragt. Und es macht dann auch keinen Unterschied, den jetzt irgendwie auszulittern und dann neuen Super Plus reinzutun. Wenn er das so sein sollte und er Super Plus nachtankt und jetzt Super drin wäre und dann Super Plus nachtankt, wird er auch wieder nochmal 10, 12 PS mehr haben. Aber das bringt uns jetzt gerade hier nichts, was ich auch nicht so dramatisch finde. Bin mal gespannt, wie er auf der Straße läuft. Das werden wir nämlich jetzt im Anschluss tun. Hat nämlich lange genug gedauert, weil das Auto wird heute Nachmittag auch abgeholt. In diesem Sinne sehen wir uns gleich in der Diagnosefahrt. Hört man denn? Meinst du, die Zuschauer hören jetzt den Unterschied? Doch, definitiv. Okay. Das Knallen ist halt auch lauter. Ja. Von Gas geht es. Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Vor drei? Wann sind wir denn gefahren? Nee, vor vier Tagen, ne? Wann war die Eingangsfahrt? Vier Tage her. Fünf? Da erwischst du mich auch. Letzte Woche auf jeden Fall, ne? Ja. Und wir haben heute Mittwoch. Ah, es muss mindestens vier Tage her sein. So. Hinter uns der ADAC. Na ja, schauen wir mal, was unsere Diagnosefahrt jetzt hier bringt und Elastitätsfahrt. Wir sind Serie gefahren. War es nochmal, bitte? 10,75. 10,75. Ja. 9,6. Das ist aber nicht. 1,1 Sekunden. Was? 1,1 Sekunden. Okay. 10,1. Ich weiß nicht, wir haben doch schon mal ein Video gebracht von einem, war es auch nicht RS3 oder TTS mit 400 PS? Auch Stage 2? Ich meine, der war zügiger. Daher ist es schon. Na ja. Gut. Haben die Leute wieder was zum Lästern. In diesem Sinne trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.